Polizeiberichte Berlin 11. März 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Brand im Treppenhaus, zwei Männer festgenommen. Nummer 0354 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Friedrichshain alarmierten gestern Abend Polizei und Feuerwehr zu einem Brand. Gegen 21.40 Uhr stellte ein Mieter im Hausflur des Wohnhauses in der Mühlenstraße starken Rauch fest und bemerkte in der vierten Etage brennende Fußmatten. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die Flammen und evakuierten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Im dritten Stock trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf zwei in Berlin wohnungslose Männer, die nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen zuvor im vierten Stock im Hausflur Alkohol getrunken und geschlafen haben sollen. Polizeikräfte des Abschnitts 51 nahmen die beiden alkoholisierten Männer, 38 und 41 Jahre alt, fest. Sie stehen im Verdacht, für den Brandausbruch verantwortlich zu sein. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen, sie dauern an. Bericht, Polizist bei Unfall schwer verletzt Nummer 0355 Bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten wurde gestern Mittag ein Polizeibeamter schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Beamte des Verkehrsdienstes gegen 13.10 Uhr auf seinem Dienstmotorat auf der Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. In Höhe eines Mittelstreifendurchbruchs fuhr der Beamte gegen das Heck des Wagens einer 59-Jährigen, die dort wenden wollte. Der Polizist stürzte und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt werden muss. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2, West, hat die weitere Bearbeitung übernommen. Bericht, versuchter Kabeldiebstahl, drei Männer festgenommen. Nummer 0356 Wegen des Verdachts des versuchten Bundmitteldiebstahls nahmen Polizeikräfte in Tegel in der vergangenen Nacht drei Männer fest. Die in zivil eingesetzten Kräfte des Polizeiabschnitts 11 bemerkten gegen 1.30 Uhr auf der Gleisanlage der U-Bahnlinie U6 in der Berliner Straße Biedenkopferstraße drei Personen. Die Männer hatten die Gleisanlage offenbar durch ein im Zaun befindliches Loch betreten und waren gerade dabei, mehrere Kabel zu besagtem Loch zu tragen. Als die drei Tatverdächtigen die Polizeikräfte bemerkten, flüchteten sie. Uniformierte Unterstützungskräfte schnitten den Männern den Fluchtweg in Höhe der Wittestraße ab und nahmen die drei 23-, 25-, 25- und 46-Jahre alten Männer fest. Nachdem die Personalien der drei Tatverdächtigen in einem Polizeiabschnitt zweifelsfrei festgestellt wurden, konnten die beiden 25- und 46-Jährigen ihren Weg fortsetzen. Der 23-Jährige wurde der Justiz überstellt, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls dauern an. Bericht, Mann bei Raub getreten und geschlagen. Nummer 0357 Drei unbekannt gebliebene Männer sollen in der vergangenen Nacht in Marienfelde einen 27-Jährigen beraubt und verletzt haben. Nach Angaben des Mannes wollte er sich gegen 0.20 Uhr in der Marienfelder Allee nach vorangegangener Kontaktaufnahme über eine Dating-App mit einer Person treffen, wurde stattdessen jedoch bereits von den drei Unbekannten erwartet, die die Herausgabe von Geld gefordert haben sollen. Als der 27-Jährige dem Trio erwiderte, er habe kein Geld, sollen die drei Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten und seinen Rucksack entwendet haben. Anschließend sollen die Angreifer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Gesichts- und Armverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4, Süd, übernommen. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4, Süd, übernommen. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5, Süd, übernommen.